Herzlich Willkommen bei den Berserker Brothers. Heute Top 5 Kohlenhydratquellen für den Musselaufbau. Als erstes geniales Produkt haben wir natürlich die gut bekannten Haferflocken. Die kann man sich natürlich mit allem mixen, ganz und ganz am Frühstück verspeisen. Die geben auf Pfeffer sehr, sehr gut Energie. Das ist immer so ein Basing-Produkt vor dem Training für den Morgen. Wir haben eigentlich alles, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien, eigentlich alles was man braucht. Alles was man braucht. Und das ist auch gut für die Haut, weil da viel Zink drin ist. Wie gesagt, auch Mikronährstoffen sind ein paar Flocken Top. Einziges was vielleicht ein Problem sein kann, ist Gluten. Magenprobleme. Gluten ist glaube ich schon ein bisschen drin so. Aber es gibt auch glutenfreie, aber leider teuer. Leider teuer. Als nächstes Süßkartoffeln. Rich Piena hat immer gesagt, Sweet Potatoes and Yams. Das waren die besten Carbquellen seiner Meinung nach. Süßkartoffeln und Yams. Die Yams sind relativ wenig, würde ich hier wissen. Aber Süßkartoffeln sieht man eigentlich immer im Supermarkt. Ja, die sieht man nicht. Carbmäßig top. Du hast auch sehr gute, du hast viel Vitamin A, Vitamin C. Also vitaminmäßig auch extrem gesund so. Müsst ihr mal ausprobieren. Süßkartoffeln top. Kannst Pommes mitmachen. Oh, stimmt. Pommes, wie man es halt kennt. Ja, ist auch schon nice. Und Süßkartoffeln mit Fleisch ist auf jeden Fall. Sehr, sehr zu genießen, würde ich sagen. Kannst auf jeden Fall sehen lassen, die Süßkartoffeln. Ja, safe. Da haben wir natürlich Quinoas dabei. Das ist ein glutenfreies Pseudogetreide. Also ich persönlich habe es noch nicht probiert. Du? Ich schon oft, ja. Ist gut? Top. Ist halt, also Quinoas, ne, ist es halt für Veganer auch eine sicherer Proteinquelle. Durch die Aminosäuren, die es halt beinhaltet quasi. Richtig gut. Aber es kannst du auch als Carbquelle nennen. Du hast halt eigentlich so alles. Allrounder so, ne? Genau, Allrounder. Vitamine, Mineralien, alles. Also schon ziemlich gesund auch Quinoa. Und ist halt in den letzten Jahren bekannter geworden. Früher, so vor 10, 20 Jahren, kann doch schon gar keiner sagen. Wie bei, wie heißt das Chiasamen oder was? Genau, genau. Das ist was im Gäste. Du hast gewonnen, ne? Dann findest du plötzlich Samen. Ich glaube, viele nehmen das als Frühstück, so. Also, so als alternativen Farbenflocken. Was für eine Konsistenz hat das? Quinoa sind halt so kleine, so eine Art Kügelchen. Ah, okay. Und die quellen halt auf. Ah, wenn du Wasser dann kommst. Dann wäre das schon cool für eine Konsistenz. Cool. Also muss man ausprobieren. Das wäre hier immer cool, ne? Ja. Quinoa, ja, als nächstes hätten wir dann Bananen. Kennt jeder nach dem Training oder nach dem Sport. Ne Banane oder auch während dem Sport. Ne, Kaliumreich. Ist halt einfach, ne, hat Fructose. Also, im Endeffekt eine Kohlenhydratquelle, wo die Kohlenhydrat im Körper halt schnell zur Verfügung stehen. Kannst halt rohschnell essen. Bäm. Einfach extrem abgeladen. Ist auch praktisch. Ja, ist auch praktisch. Bananen ist eigentlich eins der praktischen Lens, die es gibt. Finde ich auch. Kannst du nebenbei was Gutes mitnehmen. Also, Bananen definitiv für den Aufbau eins der besten. Dazu haben wir natürlich Vollkornbrot, sowohl als auch Vollkornnudeln. Viele Vollkornprodukte könnt ihr natürlich auch dazu ergänzen, sag ich mal. Ja, das will ich halt immer abends empfehlen, ne. Vollkorn und Sachen meistens abends und schnelle Kapsel machen. Ja, komm. Lässt zu holen. Vollkornbrot halt, ne. Ballaststoffreich. Kannst du gut für den Morgen, weißt du, hast auf jeden Fall eine gute Verdauung. Relativ gute Mikronneststoffe auch und so. Ist jetzt nicht so mein Favorit, weil Brot esse ich generell nicht so. Also, ich bin auch kein Brotmensch, momentan esse ich gar kein Brot. Aber an sich, ja. Also habe ich persönlich damals zum Beispiel Pumpernickel probiert. Das fand ich eigentlich abends ganz gut. Lacker gute Magen. Kann man nach dem Zunger essen, sag ich mal. Magen so, oder? Ich weiß nicht. Jeden Tag Brot essen kannst du auch nicht. Ja, ist ein bisschen zu viel, ne. Damals, ja klar, aber irgendwie haben wir uns da rausgewöhnt, so, ne. Genau. Für mich, wenn ich jetzt ein Brot esse, ist das für mich voller Luxus, so, ne. Also, ist cool. Aber jetzt für den Kohlenmuskelaufbau, also für den Aufbau an sich, ist das halt ein gutes Lebensmittel. Also kannst du halt nicht so sagen. Kannst du zum Beispiel Vollkornudeln mit Bolognese ist auf jeden Fall overpowered. Das wärs dann erstmal mit den fünf Top Kohlen- und sogar Quellen für den Muskelaufbau, Leute. Peace out.